So! Super! Alles klar! Alles klar! Ready und bereit! Wuh! Lücken wir einfach los hier! Genau! Lassen wir das Haus beginnen! Das hat voll das komische Fahrgefühl! Mal Schauts! Doch! Doch! Alles klar! Ja, Alter! Sieht was an, meine Lieben! Nein! Alter! Alter! Das ist voll lustig! Alter! Nein! Das ist lustig! Habt ihr die Mitarbeiter unten gesehen? Der steht jetzt live da! Ich glaube, schneller wird es auch nicht! Wow! Also die Bügel könnten aber noch einen Polster vertragen! Oh! Andere Richtung! Das ist nicht mehr! Doch! Das ist nicht mehr! Ich glaube, das ist nicht mehr! Einmal um die Welt! Oh ja! Alter! Oh! Man muss mal đi runter! Oh ja! Oh! 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 Ha ha ha! Alter! Alter! Doch, der macht schon einiges. Können wir bitte den ganzen Tag machen? Ja bitte! Schön kühl! Ja! Ja! Ha ha ha! Der schwingt voll gut! Ja, ne? Die Gondel müssen nicht geölt werden. Ha? Die Gondel müssen nicht geölt werden. Ne! Ne! Ne, ich glaub der hat ne Bremse, oder? Aber so krass ist es wie verdächtig für mich. Ne, aber macht Spaß! Alter, dieses ganze Ding bewegt! Alter, dieses ganze Ding bewegt! Ja! Ja, gell? Ja! Guck mal, die zwei Animatronics da unten! Ja, die zwei Krokodil-Animatronics! Ja, die zwei Krokodil-Animatronics! Der weckt die wieder voll ab, ey! Ja, das ist so! 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 Ja, schöne Aussicht! Aber... Die Sonne! Krieg ich Sonnenbrand! Und zwar von hier bis da unten! Hä? Da unten! Es wird einfach immer noch da! Ach so! Die haben einen PX! Zwei sogar! Jo, ja! Alles klar, Freunde! Gut gelandet! Na genau! Upsi! Und wir sagen ein ganz recht herzliches! Danke schön an euch! Danke schön an euch!